Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Blender 2.8 Tutorial bei Ovegomi. Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit Micro Displacement beschäftigen und wie man so eine einfache Textur damit ein bisschen aufhübschen kann. Dazu stellen wir als Render Engine Cycles ein und wechseln hier von dem Feature Set von supported auf experimental. Und wir wählen noch GPU Computer aus. Weil wir das jetzt gemacht haben erscheint hier in den Einstellungen eine weitere Option, nämlich Subdivision und dann stellen wir hier das Preview auf 4 Pixel und die maximale Anzahl an Subdivisions stellen wir mal auf 6, weil 12 noch ein bisschen stark ist. So ich habe die Szene schon mal vorbereitet. Als Umgebungstextur habe ich hier von HDRI Haven einfach eine Textur runtergeladen und die als Environment Texture verwendet und hier einfach eingetragen. Und dann habe ich einfach eine ganz normale Ebene erzeugt und ein bisschen vergrößert. Und diese Ebene werden wir erstmal UV unwrappen. Dazu gehen wir und er hat einfach die Texturkoordinaten auf dieses Quadrat hier genutzt, was uns erstmal ausreichen wird. Dann wählen wir für die Ebene noch einen Modifier, einen Subdivision Surface Modifier und wählen hier sehr simpel aus. Und weil wir in dem Feature Set Experimental ausgewählt haben, erscheint hier diese Option Adaptive, die wir brauchen werden. So, als nächstes wollen wir das Material für diese Ebene erstellen. Dazu erstellen wir hier erstmal ein neues Material und gehen dazu in den Shader Editor und hier legt uns Blender 2.8 schon erstmal so eine Principal Node an, mit dem wir eigentlich alles machen können, was wir wollen. Wir legen jetzt als erstes eine Textur Node an und öffnen da eine Textur, die ich von textures.com runtergeladen habe. Jetzt nicht so in ganz große Auflösungen, aber immerhin in 1K. Dazu wählen wir als erstes für die reine Farbinformation die Albedo Map aus und verbinden die hier mit der Basisfarbe. Wenn ihr den Node Wrangler angeschaltet habt, dann könnt ihr hier einfach auf die Textur Node klicken und dann Ctrl T drücken und schon erzeugt er hier so ein Textur Mapping, dass er aus den UV Koordinaten automatisch umrechnet. Und er erkennt auch automatisch, dass wir ein UV Mapping durchgeführt haben und verbindet dann automatisch hier den Ausgang UV mit dem Mapping Node und dann geht er in die Textur rein. So, dann duplizieren wir die Textur Node und wählen hier Non-Color Data aus und dann öffnen wir die Roughness, die einfach nur anzeigt, wo die Textur oder die Oberfläche reflektierend ist und verbinden dann den Color Ausgang mit Roughness eingeben. Dann duplizieren wir nochmal die Textur Node und wählen dann die Normal Map aus. Und hier ist noch eine kleine Besonderheit, dass wir erst die Koordinaten dieser Normal Map in die Weltkoordinaten umrechnen müssen. Und dazu müssen wir unter Converter, vielleicht unter Vector, eine Normal Map Node einfügen und verbinden die dann mit der Farbe und mit der Prinzipien Node. So, jetzt sieht unsere Textur schon einigermaßen gut aus. Wenn man mal herangeht, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Allerdings, wenn der Kamerawinkel ein bisschen flacher wird, dann merkt man doch, dass es nur ein Trick ist und es eigentlich nur eine Ebene ist, auf die eine Textur angewendet worden ist. Und um das jetzt noch ein bisschen zu verbessern, kann man diesen Displacement Eingang hier verwenden. Und dazu machen wir uns wieder eine Textur Node und öffnen diesmal die Höhenkarte. Und wir legen erst jetzt dann dazu, der Vector einen Displacement Node an, verbinden die mit der Höhe, dem Höheneingang. Und stellen wir wieder auf Non-Color Data und erzeugen uns wieder so ein Texturkoordinat. Und im Moment sehen wir, dass das gar keinen Effekt hat. Und der Grund ist hier, dass wir hier noch etwas einstellen müssen. Wir gehen hier unter den Material, Einstellungen auf Settings. Und wir sehen hier unten bei Displacement Method, dass nur das Bump Mapping angewendet wird. Und wir wollen aber, dass beides Displacement und Bump Mapping angezeigt wird. So, und sobald wir das gemacht haben, seht ihr schon, dass das Displacement Mapping hier zu stark ist. Die Spitzen steigen wieder zu weit raus. Und deswegen fügen wir noch eine Math Note hinzu, stellen die auf Multiply und wählen dann erstmal 0,2 als Heckler aus. So, und dann setzen wir das Mid-Level erstmal auf 0, und gucken, wo es dann landet. Okay, das war vielleicht ein bisschen stark. 0,2. Korrigieren wir es. Okay, jetzt noch ein bisschen zu viel. Setzen wir es mal auf 0,15. Und schon ist es einigermaßen. Aber wir sehen dann auch direkt, dass das Displacement jetzt gewirkt hat und die Steine in dieser Bodentextur kommen jetzt hier sehr gut zur Geltung. Und das sieht doch ein bisschen interessanter aus und auch bei flachen Kamerawinkeln, als wenn wir einfach nur eine ebene Art Textur angewendet haben. So, und als komplexeres Anwendungsbeispiel habe ich hier mal einen Sternzerstörer-Design. Der ist mit der alten Blender-Version und dem alten Rechner nicht so gut gelungen. Aber jetzt mit dem neuen Rechner und der neuen Blender-Version kann ich dann auch sehr gut dieses Micro-Displacement-Mapping verwenden. Und hier war es besonders wichtig, die maximale Anzahl an Subdivisions auf 6 zu setzen. Weil er sonst, wenn er näher dran geht, das war auf 12 eingestellt. Und dann verbraucht Blender beim Vendern 12 GB Speicher und das führt dann zu einem Blender-Absturz. Und hier macht sich dieses Adaptive Micro-Displacement sehr gut bemerkbar. Man sieht in Abhängigkeit zur Kamera-Entfernung werden nahe Oberflächen sehr detailliert dargestellt, wie hier vorne zu sehen. Wenn man jetzt mal näher rangeht, das werden wir auf Tab drücken, einmal in Edit-Map wechseln und dann wieder in den Object-Mode. Dann sieht man hier, wie feine Texturen und Oberflächendetails herausgearbeitet werden. So, und wenn man jetzt mal zum Heck wechselt und da nochmal in Richtung Graben geht, dann sieht man, wie hier jetzt eine Abhängigkeit von der Kamera-Entfernung von da vorne hier die Details schon immer weniger werden und auch das Display ist mit ungenauer Luft. In der Viewport-Ansicht kann man dann nochmal hier an der Stelle zweimal auf Tab drücken, dann wird das hier auch nochmal berechnen und dann sind die Details auch hier hinten scharf. Beim Vendern natürlich wird das immer nur von der Kamera-Einstellung Vendern und man hat da überhaupt keine Probleme mehr mit. Beim Vendern natürlich wird das immer mehr mit der Kamera-Einstellung Vendern und der Kamera-Einstellung Vendern und der Kamera-Einstellung Vendern.